Attila Hildmann, da müssen wir ein bisschen drüber reden, bei mir im Studio ist Alexander Nabat aus unserem Welt-Investigativ-Ressort. Alexander, dieser Attila Hildmann, also muss man ja wirklich, also ich fand die Bücher damals gar nicht schlecht, der hat gut gekocht, das waren schöne Sachen drin und dann hat der so eine Wendung gemacht. Also was ist das für eine Person, wie muss man den inzwischen einordnen? Genau, also Attila Hildmann ist, wie du ja richtig gesagt hast, bekannt geworden als dieser vegane Fernsehkoch, der Bücher geschrieben hat, Restaurants aufgemacht hat und so weiter. Und das schwang immer so ein paar Töne mit, schon politische Töne in den vergangenen sechs, sieben Jahren. 2015 sind es so die ersten Sachen gewesen, als es die großen Migrationsbewegungen gab, die großen Fluchtbewegungen. Da gab es schon so Zwischentöne, aber gerade in den letzten zwei Jahren konnte man ganz doll beobachten, wie Attila Hildmann immer politischer, immer radikaler und auch immer weniger verklausuliert wurde. Während man früher ganz genau hinhören musste, was er eigentlich da sagt über die deutsche Vergangenheit und dergleichen mehr, muss man das mittlerweile gar nicht mehr. Man kann ihn, würde ich sagen, als lupenreinen Nationalsozialisten mittlerweile bezeichnen. Er ist Hechtsextrem, keine Frage, er ist Antisemit, keine Frage. Er lobt Hitler, er ist ein großer Verehrer von Hitler, er sagt, die Juden hätten den Holocaust selbst finanziert und Hitler habe ja nur die Deutschen vor den Juden beschützen wollen. Also das sind sehr, sehr radikale Aussagen und die hat er immer getätigt im Kontext von Corona-Maßnahmenkritik, von den Querdenker-Demonstrationen auf Telegram und dergleichen mehr. Ja, diese Bilder, die wir ja auch von ihm immer gesehen haben, also es war ja wirklich erschreckend, wie er da aufgetreten ist. Es wird ja auch ermittelt wegen Volksverhetzung. Warum hat er denn so ein, sag ich mal, Unterstützungspotenzial? Und du hast das ja auch selbst gesagt, vor allen Dingen über den Messenger-Dienst Telegram ist er ja weiterhin ganz groß unterwegs und hetzt also weiter. Warum kommt er bei diesen Leuten ausgerechnet an? Weil er ist ja nicht einer von ihnen in gewisser Weise, oder? Das ist schwierig. Ich glaube gar nicht, dass er so doll und so gut ankommt. Er ist auch innerhalb der Szene relativ isoliert. Es folgen ihm bei Telegram ungefähr 30.000 Leute. Das ist nicht wenig, aber das ist jetzt auch nicht das, was so andere Konkurrenten praktisch von ihm, andere Ideologieanbieter auf Telegram so erreichen. Und ein Großteil der Leute da, oder einige davon, werden da sein, um ihn zu beobachten, um sich über ihn lustig zu machen. Und es gibt viele Diskussionen auch um seine Rolle innerhalb dieser verschwörungsideologischen und innerhalb der rechtsextremen Szene, weil er manchen einfach noch zu wild wirkt. Seine Theorien reichen dahin, dass selbst Donald Trump ein orthodoxer Jude sei und das mögen andere gar nicht so gerne hören. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob er wirklich eine richtig große Masse anspricht. Die Zahl 30.000 sieht erstmal groß aus, aber ich wäre da vorsichtig in der Bewertung, ob das wirklich alles seine Anhänger sind. Trotzdem kann man sagen, dass Radikalität natürlich anzieht. Und die Aussagen sind natürlich für knallharte Rechtsextreme und Leute jenseits von Gut und Böse total attraktiv. Was zeigt das jetzt aber, dieser Fall bei den Berliner Justizbehörden mit 32-jähriger IT-Spezialistin, offenbar der Maulwurf, die ihn gewarnt hat. Die soll ja angeblich sogar in die Türkei zu ihm gereist sein. Sie weiß also genau, wo er ist. Also was heißt das auch für die Sicherheitsbehörden? Sind die inzwischen zu Teilen wirklich unterwandert oder ist das nur ein Einzelfall? Wie muss man das einordnen? Die Ermittlungen stehen ja erst am Anfang. Ganz genau. Also die Ermittlungen stehen erst am Anfang und wir müssen jetzt abwarten, ob es da mehr Leute gibt. In dem konkreten Fall gibt es jetzt erstmal ein Ermittlungsverfahren gegen eine Person. Das ist aber natürlich nicht der einzige Fall jemals, wo wegen dem Verrat von Dienstgeheimnissen ermittelt wird. Und diese Frau, da muss man jetzt abwarten, ob es da Mittäter, Mitwisser gegeben haben könnte. Jetzt erstmal sieht das aber zumindest in diesem konkreten Fall nicht so aus. Eine Frage muss ich aber noch stellen. Er hatte die türkische und die deutsche Staatsangehörigkeit. Er befindet sich in der Türkei. Also wie würdest du das einschätzen? Trauen sich die deutschen Ermittlungsbehörden auch deshalb nicht ran? Oder könnte da vielleicht doch noch was kommen jetzt mit der neuen Regierung? Das ist schwer. Ja, also Hildmann ist wahrscheinlich Ende Dezember in die Türkei ausgereist. Das ist so ungefähr der Stand. Da gab es noch gar keinen Haftbefehl zu dem Zeitpunkt. Den gibt es erst seit Mitte Februar diesen Jahres dann. Und seitdem hält er sich da auf. Die Türkei hat bislang kein Interesse, ihn auszuliefern. Es gibt in Deutschland ungefähr 80 Ermittlungsverfahren oder ein Ermittlungsverfahren wegen ungefähr 80 einzelnen Straftaten gegen ihn. Aber keins davon ist jetzt Mord oder irgendwie derartiges, sondern es ist halt Volksbehetzung. Und bei solchen Fällen wird nicht sofort und nicht in aller Regel ausgeliefert. Und die außenpolitische Bewertung, ob es mit der neuen Regierung da was Neues kommt über Botschafter und Diplomatie, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Aber das ist auch nicht mein Metier. Alexander, da war das so ein Investigativressort. Du wirst auf jeden Fall an dieser Geschichte dranbleiben. Ante, Hildmann, das wird uns noch auf jeden Fall beschäftigen. Danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.